Dich. Mann. Ja, einfach, einfach dich. Esel, einfach tschau. Tschau Kakao. Wenn wir alle Schwert haben, können wir auf das Damage gehen. Ich, nein, ich hab nur, ich hab nur Stickplicker. Ich hab Slowdown bekommen, weil ich dachte, ich geht wieder. Pass auf, pass auf, der wills geben. Ach so. Ja, aber wenn der ne EP befugt, ich kann nichts machen. Der wirbt sich durchgehend am Wetter. Du hast nicht meine Brust hat. Oder der, oder der macht rund 13, ne? Aber das wird genauso gut. Okay. Ich hab ihn. Ich hab nicht meine Brustkarte. Kannst du mir nen Bogenhanten? Nein. Hab MLG geschafft. Na. Ey, Mann, Digga, lege Pinguine. Sein Name schwickert mich komplett weg. Er kann nichts außer, er kann nichts außer Klickern. Er rennt einfach immer so dumm rum. Er rennt einfach so dumm auf der One-Handit lang. Boah, der Maugen, mein AC hier war. Kann sein, dass hier jetzt noch mal zu try'n. 150.000. Ich muss hier nach unten kommen und mich treffen. Na, dann sind wir doch nicht scharfe. Haben wir nicht tausende Scharfe? 110 Stück mehr kommen. Soll ich denn mal durch die reinlegen? Ja, immer rein. Also um jetzt hier doch hier noch ein bisschen rum zu gehen. Der wird schon was gucken, wenn die EP irgendwie... Komm grad unten lang nicht mehr, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich, weil die auf den T-Shots sind. Scheiße, wann hab ich das schon schon gesetzt? Äh, hier. Scheiße. Hier. Du musst genug Scharfe haben. Immer wenn ich Scharfe mach, Digga, ich würd nicht die ganze Zeit im Kopf, sag ich die Zahl, wenn ich gesetzt hab. Noch ein Scharf, kommt rein. Hast du halt gesagt krass, Dennis? Ich hab gesagt, ja passt. So. Ich hätte gedacht, kommt mir keine Provokation rein. So, aber... Äh, hochschief, willkommen wie ein Bot. Äh, die gucken... Äh, die haben Save-Ace schon, also der eine die ganze Zeit hoch. So, der... Hauptteil. Ich kann ja gleich noch mal ein Scharfe einlegen, wenn du willst. Ich werde runtergesplämt bei einer Drei-Raum. Mit D und A, rechts? Geht nur auf, was? Nur auf 70 oder 80 im Westphal. Nicht Downsphal. Alles gut. Das ist halt nervig, der Typ mit seinem... ...Clicker. Ja. Seh ich genauso. Fuck, wer was? Du schreib' dich, Luma. Geh besser rein. Gehst du vor, gehst du vor. Geh, warte. Geht's rein, geht's rein. Bock, dass du liebst. Einhitter lieb. Komm, Luma. Luma, 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 Luma. Wenn ich den Bogen runter hab, das ist einfach gay. Wenn ich den Bogen runter hab, das klick. Wenn ich den Bogen runter hab. Generell, dass die gleich hoch sind. Wenn ich den Bogen runter hab. Ich renne dich mal, Bro, Alter. Jetzt ist Bro. Ja, nice, er hat mich. Boah. Ich wusste nicht, dass der da drin noch hat. Ganz cool, das hat irgendwer gesagt. Ja, das ist klar. Warte, du bist so weit. Ich hab doch einen Hör zu bassen. Jetzt warum sagst du nichts? Ja, ich hab das auch über dir, ist einer. Ja, ich hab das auch nicht verjumpelt. Nein, du bist schon davor. Danach nicht mehr. Ach, der ein dummer Dings. Hört mich halt ganz gut auf. Bogen ist ein Weapon runter. Ja, ich hab schon locker. Hallo, Freunde. Halt, Halt. Halt, Halt, unser Bett ist offen. Was? Wie bin ich denn jetzt gekommen? Leiter, Winger noch bis. Ja, ist da, ist da. Bogen hoch, Essen oder auf drei Herzen? Das ist Savage-Kloss, das Essen. Hab ich nicht gehört. Ich hab einfach nur das Essen gesehen. Hab mir gedacht so, oh, nice. Also das ist Savage-Taub. Savage-Taub ist so belash. Mein Savage-Taub ist so belash. Mein Savage-Taub ist so belash. Äh, Junge, ich werde hier von vorgefrieren, mit offenbar uns nicht mehr. Ich kann ja Savage-Kloss machen. Wir haben halt gar keine... Ich wollte es aber auf die Weg, Digga. Ich scheiße so. Oh mein Gott. Ich hab's, ich hab's, Digga. Clips, Clips, Clips. Wird das Savage nur gut. Ab einem... Er ist einfach... Er ist einfach... Er ist einfach... Er ist einfach... Ey, das war nicht... Oh, das war nicht... Oh, das war nicht... Ich bin auch auf dieses scheiße Fake-Bed reingefallen, Mann. Du hast doch Bet bekommen, warum bist du? Ja, ja, trotzdem. Ein Block unnötig abgebaut. Unnötig zeitlos ist. Jetzt... Jetzt noch ein bisschen... Doi. Oh, die sind gut. Oh, was? Sie spielt gegen meinen Clan, egal. Ich steck für euch. Wir gewinnen jetzt, komm. Also, die haben mich einfach so random in Weit. Ich war noch nie bei denen auf TS. Kann man den Track fasten? Hm? Kann man dir vertrauen, Kekko? Ja, safe, safe. Ja, ja. Und gleich. Baniert sie. Baniert sie. Ich gucke schon den zweiten Bildschirm. Dann werde ich immer andere Tests die ganze Zeit. Baniert sie, kauft die neppchen. Oh. Bauen die, Kekko. Äh... Von wo war es hier? Jetzt sag einfach von uns aus rechts. Safe side, safe side. Schau mal, wie er schon rein trollt. Dann baue ich andere. Ich ban ihn. Ich ban ihn. Ich ban ihn. Savage, wir haben andere gebaut, ne? Ja. Du gehst hinter die, was? Der hat ein Loch aufgeklebt. Oh, hier weiter. Ich hab kein Schwer-Schwert. Das hat ein Zweier-Schwert. Junge, ihr seid zu. Warte, ich will sagen, jetzt bin ich down mit Rot, aber scheiß drauf. Kann ich nichts sehen, wenn das... Habt ihr die wenigstens jetzt. Jetzt bin ich einer down. Wie viel Herz hast du? Ich hab einen down. Ich hab nur auf vier. Okay, der baut jetzt. EP! Oh, fuck. Ey, jetzt haben die EP und 13er gemacht. Die haben gar nichts mehr. 13er denkst du ja. Das war 13er. Doch, doch, doch. Dave? Okay, nice. Die schreiben die ganze Zeit. Komm TS, komm TS. Wenn du drei Tage wartest, darfst du auch unter anderen Clans spielen. Wir haben nicht mehr eine Kappe gespielt. Wenn du bei einem Verstoß gegen die Server-Regeln sollte man auch im echten Leben behaftet werden können. Ja, Rotterstown, die wir nicht alles machen. War gefallen, den Typen Zeit zu geben. Hätte ich den anderen gehabt, dann hätte er auch... Ich glaube, beide klopfen. So ein unfähiger Mate, echt, ey. Ich hab aber wohl erlebt. Hey. Oh, unverdient, ne? Ab hin. Sehr gut, besser, Daniel. Danke. Ending. Junge, wer hat mit dir gesprochen? S4Q-Lappen. Jetzt? Gefällt's dir da? Oh, down. Punkt, und. Na. Äh, wo hast du rausgeroffen jetzt? Oh, oh, holt das weg. Die Friste. Fuck den. Nein, Cortana öffnet sich einfach, während ich zocke. Was das? Cortana. Cortana, du. Was ist das weg? Was ist das weg? Hä? Oh mein Gott. Tch. Was ist das? So? Eigentlich bist du nicht komplett behindert, ne? Also. Oh, na, na, ey. Da ist dein Bogen. Ja, 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 ja. Na, na, ey. Und dich noch nicht. Da, 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 da. Na, na, ey. Und den Zweiten auch noch. Und mir. Hier. Der Piste. Das ist mein Krico. Sehr gut. Ja, alle drei. Oh, na, na, ey. Oh, na, na, ey. Junge Warmus, du bist so cringe, Alter. Cringe-O-Mac2000. Oh, ne Leute im Stream. Könnt ihr euch alle runterladen. Laden es euch auf, wirst alle runterladen bitte. Oh, na, ey. Don, na, 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 na. Wart, irgendwie getroffen. Ja, ich hab ihn. Ja, du hast ihn. Oh, ich hab keine Blocks mehr. Alter! Varmus erschreckt mich nicht so, du Hund. Denkst du, dass hier ein Gegner ist? Ja, das auch. Junge, nein! Ich hab gedacht, dass du ein Gegner bist. Ja, hä? Hast du gerade ein Gegner? Nein! Ich hab gedacht, hier ist ein Gegner. Nächstes kannst du mit deinem Blockplay es, dann komm ich rüber. Oh, ja. Ich steig, Alter, Ranox. Wenn du mal so lange spammst, dann dagegen vernünftig geblieben. Ah, nein! Oh, nein! Varmus! Oh, shit! Storm ihn! Keine Ahnung, Storm. Boah, was? Das ist ein Kreuz, Digga. Was? Was? Ich hab keinen gehintet. Ich hab keinen gehintet. Die sind beide runtergelaufen. Ich hab keinen gehintet. Die sind beide runtergelaufen. Die sind beide runtergelaufen. Was, Kai, geh du vor, Bro? Ja, schau mich jetzt in die Dicke. Ey, was habt ihr gemacht? Oh! Kommt doch einmal einer aus dem Hux, ey. Mann! Du hast auch schon mal was gemacht, Pascal, oder? Ja. Ey, die kommt. Hohle Kuh. Nein! Nein! Leute! Wieso hab ich euch getroffen? Nein, Digga! Nein, Digga! Nein, Digga! Digga, Leute, wenn das grad passiert wird. Alter! Wieso hab ich euch getroffen? Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Will ich auch noch checken? Ja, Kukket! 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 Outro